Hallo Leute! Und herzlich Willkommen bei einem neuen Part von... Neun! Neun heißt das Spiel. Neun heißt das Spiel. Mit der Anuysa. Und mit dem Song. Wir wollen uns jetzt hier mal die Räumlichkeiten angucken. Jetzt hörst du Quatschen nicht gemeint. Wie ist sie in ein Krankenhaus? Wie macht das? Oh, ich hätte jetzt vermutet, dass sie auch eine Toilette ist. Ich sehe einen Schlüssel. Ja, sehr auffällig platziert, muss ich mal sagen. Aber ich guck erstmal rum. Diese Kisten lassen sich nicht öffnen. Besser als irgendwelche Schieberätsel da dran. Okay, auch nicht. Da musst du von einer anderen Seite... Oh mein Gott, wie flachst du das? Hört sich irgendwie bedrohlich an. Die alte Spüle ist total verdreckt. Ein medizinisches Logbuch, haha. Na, na, na. Ein alter staubiger Verbandskasten. Ich werde mich nicht darauf verlassen, dass der mir noch helfen kann. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Nur weil die Pflaster abgelaufen sind. Also er soll sich mal nicht so anstellen. Das ist eine Sie. Sie. Die Sabrina. Es gibt doch Männer, die Sabrina heißen. Sieh mal einer an. Ein alter Schlüssel mitnehmen oder liegen lassen. Wir lassen ihn liegen. Oh nein! Warum denn jetzt schon der Kellerschlüssel? Warte mal, warte mal. Was da links war? Diese alte Schrank, da warst du da schon geguckt? Ne, geht nicht. Achso, okay. Oh mein Gott. So, die Tür. Hm, verschlossen. Gott sei Dank. Wuhu! So, dann gucken wir was uns hier war. Oh, sie geht auf. Okay. Was ist das da auf dem Boden? Das Blut hier? Medipack! Oh, cool. Ja, aber es sieht nach... Nichts, was ich brauchen könnte. Aber ich glaube, wenn das Blut wäre, musst du sie es kommentieren. Verschiedene chemische Mittel. Oder? Ja. Alle medizinische Utensilien. Okay. Da haben wir staubige Kisten, oder? Ja. Aber sag sie nicht zu. Okay. Aber da war ja zu viele Medipack im Krieg. Vermute ich mal, dass wir hier campen müssen. Oder andere Leute heilen. Wir müssen ja nicht immer mit dem schlimmsten ausgehen. Hm, verschlossen. Okay. So, du freust dich jetzt sicherlich, dass wir einen Abstecher in den Keller machen können. Ich hätte nicht vermutet, dass es schon so schnell geht, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Also ich weiß auf jeden Fall, was mich erwarten wird. Und zwar gleich einen Speicher. Ja. Auf jeden Fall ein Speichern. So, die nächsten fünf Dinger gehören mir. Für jedes Wort eins. Ja. Kellerschüssel benutzt. Achja, und die Items benutzen sich automatisch. Das müssen sie nicht ausprobieren. Die Lampe geht auch. Und so da auch noch. Nicht so schüchtern. Okay, war sie das jetzt? Ich schätze mal. Ich hoffe mal. Dann war das aber ziemlich asynchron. Diese Lampe funktioniert noch. Sehr merkwürdig. Ja. Oh mein Gott. Ich erschrecke mich. Bestimmt gleich zu Tode. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Silent Hill? Was zur Hölle? Ich glaube ich höre eine Sirene. Ich höre auch eine Sirene. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Abgeschlossen. Und da unten wurde auch abgeschlossen. Verdammt. Vielleicht brauchen wir diesen Schlüssel um da rechts rum zu kommen. Okay. Ich speicher. Boah. Auf einmal so hell. Puh. Lies erst mal den Zettel. Ich gucke erst mal den Zettel hier an. Schwester 1. Jonathan. Ach du Schiit. Und Arzt Nummer 1. Mr. Treven. Ob das noch eine Bedeutung hat? Bestimmt. Wollen wir uns das vielleicht irgendwie aufschreiben? Ähm. Wir lesen erstmal. Wir lesen erstmal. Das scheint eine Art Besuch zu sein. Ja wir lesen. Boah ist das schlimm geschrieben. Diese störrische Frau. Sie will nicht verstehen. Wir haben getan was wir konnten. Uns trifft keine Schuld. Sie ist die einzige die Schuld hat. Es ist soweit. Nun werden wir ihr zeigen was es bedeutet in der Hölle zu sein. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Ja. Alles ein bisschen abgefreak würde ich sagen. Ein rostiger Schüssel mitnehmen. Ha? Okay. Ha? Und sie bewegen sich nicht. Okay es ist nichts passiert. Aber es kommt sicherlich. Ich bin... Oh mein Gott. Was war das? Das war eine Schwester. Sie versucht die Tür aufzustellen. Oh oh wir haben bestimmt keine Zeit. Äh. Versuch irgendwo raus. 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 Geh weg da. Ich kann nichts machen. Wetter raus. 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 Ich muss erstmal hier wegkommen. Sprichere. Sprichere. Sprichere hier. Also vorher haben wir ja noch mit unseren Hosen wechseln gescherzt aber so langsam ist das kein Scherz. Dieser Schrank ist völlig verrostet. Oh mein Gott, ey, mir geht immer noch die Pumpe. Oh mein Gott, guck mal da oben, die Wand, rechts. Oh mein Gott, solange der Star bleibt, geht das ja noch. Guck mal, ob das die Frau gewesen ist? Weiß es nicht. Patient Pia, Susan Henry. Schau dir mal die Schubladen an, weil ich... Julius Hammond. Ich will mir erstmal hier die Angriffen. Malcolm Townsend. Sand. Was war das? Evina Jackson. In einem Unfall können wir uns ja ein Video nochmal angucken. Paul Bolzen, ja. Und Ken Nicholson, ah ja. Dieser Schrank ist völlig verrostet, okay. Der andere wahrscheinlich auch. Ja. Das war's. Na ja gut, der wird ja nicht drin sein. Aus dieser Tonne kommt ein furchtbarer Gestank. Doch, da ist was drin, aber das wollen wir nicht wissen. Da sind bestimmt eher einer rein oder so drin, ne? Ich hätte schon fast erwartet, dass jetzt hier einer drin steht. Boah, hör bloß auf, ich bin voll fertig gerade. Eine Art Werbungsplakat lesen? Ja. Die Herzen unserer Patienten liegen uns am Herzen. Ihre Verwaltung. Ja, ja. Die Herzen, ne? Hat aber ein bisschen makarere Noten. Oh nein. Okay. Okay. Da haben wir doch noch gar nichts. Es sei denn, es hat was mit den Patienten nochmal zu tun. Ich geh nochmal da hinten hin. Meinst du, wir müssen Patienten... Stimmt! Okay, ich müssen weil ja die Patienten zählen oder so. Oder, guck mal hier, es gibt nur einen Patienten, der eine Spur hinführt. Vielleicht sollen wir die Nummer von dem... Guck mal wie... Nummer 4. Wir versuchen es mal mit der 4. Ansonsten würde ich sagen 10, weil er sagt ja die Patienten... Die Herzen unserer Patienten sind unserem Herzen. Okay, warte, was war da? Was stand da? Ich hab keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas war es. Nee. Okay, das war nicht richtig. Also dann müssen wir wahrscheinlich... Vielleicht müssen wir doch die Patienten zählen. Also unten war eine Krankenschwester und ein Arzt. War das so nicht auch ein Patient? Und ein Arzt? Nein, nein, unten war kein Patient. Okay. Patient 6. Ist das hier alles Patient? Ein. Oder wir sollen die Nummern der Patienten auch zusammenziehen. Zwei. 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 Ja genau, das sind 6 Patienten. Okay, das sind dann... Echt, das ist erst mal mit der 6? Ja. Ha! 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 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was ist das? Das ist wieder so eine Schwester oder sowas. Schwester zwei. Pam, Pam. Sie kommt garantiert rausgesprungen. Nicht erschrecken, nicht erschrecken, nicht erschrecken, nicht erschrecken! Wieiar her. Was ist das gerade aus? Es ist... Oh mein Gott! Nein! Raus, Raus! Wieso das sah normal aus! Ja, ich will aber hier nochmal lesen, was steht. Sie wird unseren Schmerz schon weit selbst spülen. Oh mein Gott. Also ungläsbar ist was anderes. Das steht auch rein. Oh! Es ist vorbei. Ein Leerer Raum? Was ist passiert, wenn man wieder rauskommt? Ich habe mit etwas anderem gerechnet. Warte, ich geh mal rauskucken. Nun sieht alles wieder vollkommen normal aus. Was geht hier noch vor? Ich habe es mir anders überlegt. Die Idee kann mir gestohlen bleiben. Ich will nur noch weg hier. Oh Mist, wären wir doch mal da hinten reingegangen. Die Tür wurde mit den Brettern verregelt. Toll, jetzt bin ich ein bisschen schade. Naja, aber ich glaube nicht, dass es etwas so wichtig ist. Ich denke, es hätte nur einen Schocker gegeben. So, dann werden wir uns das hier nochmal angucken. Ist da hinter dem Vorhang was? Warte. Okay? Warte. Huch nicht. Auch nichts, auch nichts. Was ist da, da rechts dieser Farbtapo oder was wir sagen sollen? Ich drücke hier dann. Leer. Ah, okay. Oh, sie denkt das, was ich auch denke. Und zwar Abhauen! Ist manchmal der bessere Weg. Da oben, das komische... Okay, guck mal an die Ankunft. Okay. Was ist das? Nichts. Sagst du zumindest wirklich zu? Das sieht doch irgendwie interessant aus. Sie ärgern mich so ein bisschen mit der Toilette, muss ich sagen. Na ja. Guck mal hier unten. Die Lampen sahen eben blutig aus. Ja. Oh. Wahrscheinlich verrostet. Stimmt, das kann auch sein. Sie ist wohl von der anderen Seite verschlossen, okay. Aber da waren wir, glaub ich, noch mal drin. Äh, das weiß ich jetzt grad gar nicht. Doch, doch. Da waren die Patienten drin. Ach stimmt, ein Müllsack. Da auf dem Stuhl liegt da was? Uuuuh. Nee. Okay. Abgeschlossen, okay. Alle Türen, wo vorher die Patienten und so drin waren, die sind jetzt... Abgeschlossen. Oh. Doktor. Ein neuer Patient ist eben eingetroffen. Ein gewisser Dean Glenn wurde von einem Auto angefangen und schwertig. Und war das auch einer von denen? Bei den Patienten. Hat er Angehörige, die ihm beistehen können? Ja, Doktor. Seine Frau ist bei ihm. Sie sagte, sie wüsste nicht, wie der Unfall passieren konnte. Sie hat sich bereit erklärt, ihn zu pflegen. In Ordnung. Überprüfen Sie Mr. und Mrs. Glens Akten und geben Sie ihnen ein Zimmer im zweiten Stock. Ich werde mich darum kümmern, sobald ich Zeit habe. Okay, ich darf das hören. Ach und Pam? Später in meinem Lieferwagen. Es scheint aber die Schwester zu sein, die wir eben schon gesehen haben. Ja, stimmt. Glückwünschen Sie, Mr. Glens, dass er eine so fürsorgliche Frau hat. Ich bin mir sicher, mit Ihrer Hilfe wird er sich bald schon wieder erholt haben. Der Kopfhörer hat uns was auf. Das sind Ohrenschützer. Ich sehe Dinge. Was soll das alles? Das weiß ich auch nicht. Solange die Sirene nicht wieder los geht. Oh Gott, wenn die wieder los geht, dann spielst du. Ja, ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. So, und da sind wir jetzt endlich aus dem schrecklichen Keller raus. Und ich denke, das war auch genug Aufregung für jetzt. Oh, ich bin da noch fertig. Ich habe mich so erschrocken. Ich mich auch. Das hat man gehört. Das hat man gehört. In Daylight habe ich dich nie überhört. Ja, ja, wir werden gleich merken, wer lauter geschrien hat. Nein, egal. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, unser Spiel ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Auch mit den Silent Hill Aspekten. Ja, also ich sage mal, wir haben ja noch ein paar andere Tests gehabt, so was man an RPG-Maker-Spielen spielen könnte. Und das Spiel ist auf jeden Fall schon besser als andere Versuche, die wir so hatten. Ja, das stimmt. Wie gut, dass wir uns dann dafür entschieden haben. Auf jeden Fall. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi! Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.